Wer unserem Channel folgt, weiß ja, dass wir auf unserer kleinsten, geilsten Werkstatt der Welt ja Green Energy haben. Ein Solarpanel, Batterien, Transformer, 6000 Watt an Bord und alles, was der Trocker in seiner Werkstatt braucht. Heute geht es weiter, denn mein bescheidenes Tiny House braucht natürlich auch Solarenergie. Und genau darum sind wir heute hier in Weile.